So, hallo und herzlich willkommen zurück. So, gleich mal wieder aufgeräumt. Oh, Mann. Ich möchte kein Special einsetzen. Oh, Alter. Jetzt hört es aber auf. Oh. Ey. Ich hasse es. Ernsthaft? Och, Mann. Ist doch zum Kotzen. Ah. So. Geht doch. Die gehen mir echt auf die Eier. Und ich muss nur mal dringend die Tasten-Kombis nochmal angucken. Ey, für den Neck. Das ist so blöd. Ich weiß, die nehme ich nicht mehr. Hä, aus dem Winkel. Ich stand 30 Meter tiefer. Mann, Spawnkill. Wie gemein. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Bah. Und ich will heute noch 6 Stunden aufnehmen. Das kann ja lustig werden. Diese Schnee- und Eis-Level und sowas, das geht mir gerade so auf die Eier. Warum lebst du noch? Oh, Special. Ah, ne, doch nicht. Ein paar Leuchtsteine. Naja, gut. Oh. Yeah. Ein ganz neuer Look für mich. Gefällt's dir? Du siehst richtig krass aus. Das fühlt sich auch krass an. Aber ich muss schnell machen, wenn ich draußen bin. Ich schätze, ich hab nur eine Minute. Dann schmilzt mich die Sonne auf Normalgröße. Na, eine Minute reicht vielleicht. Siehst du die Querbalken da am Tor? Aha. Der Mechanismus, der sie steuert. Mhm. Das sind die Ziele. Kapiert. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich glaub's eher nicht. Nein. Ich glaub ich bin doch schon richtig. Ich geh mal da lang. Nee, Moment. Lass mal überlegen. Ich laufe einfach geradeaus jetzt durch. Seh nichts. Also an dem kommt man nicht vorbei. Ich laufe mal geradeaus. Hä? Hä? Moment, hier klingelt ein Wecker. Was soll das denn jetzt? Hä, wieso klingelt da so ein scheiß Wecker jetzt? Mann, das hat mir voll die Aufnahme versaut. So ein Scheiß. Wo war ich? Ach ja. Diese blöden Mechanismen. Wie kriege ich die zu knacken? Ich laufe nochmal rechts lang. Ich laufe nochmal rechts. Der oberste ist geschafft. Der oberste ist weg. Zwei übrig. Verstehe. Das war's für heute. Sau blöde Kameraeinstellung gerade wieder. Komm ich nicht hin. Brauchen wir diese Kristalle. Hoffentlich ist da oben noch das Versteck. Das war ja letztes Mal geschlossen noch, wo ich hier hochkam. Oh ne, hier ist zu. Oh Mann. Da sind welche. Nein, das reicht nicht. Wie soll ich denn an den oben rankommen? Hm. Also entweder ich sterbe so oft. Oh Mann, hier drin schmelzt sich auch. Wie doll. Ich zieh ihn jetzt schnell hoch zu ihm. So. Schloss 2. Nur noch ein Tor. Los geht's. Oh Mann. Man braucht für die echt Special-Attacks. Kann ich's halt... Jawoll. So. Sehr schön. Sie bewachen das Gebäude. Ob Sie dort die Relikte lagern und das ganze andere gestohlene Zeug? Tja, ich hoffe es. Bisher war ja nicht viel zu holen. Wir sehen uns dann dort. Du musst wohl den Langweg nehmen. Sorry. Toll. So, Kapitel 3, die Festung. Und ich mach mal kurz einen Aufnahmeschnitt. Beziehungsweise kurz Aufnahmepause. Das geht schon. Ewig heute. So. So.